Fluchtzeit, okay. Ich muss doch irgendwas... Was kann ich denn hier nochmal mit der Suppe noch was? Könnte ich die denn nehmen? Eine echt komische Hexe, die uns hier entführt hat. Gut, könnte ich denn noch mit der Haube was machen? Let's take a peek inside. The only thing is, I think they are being controlled by that machine. There seem to be some kind of magical attachments. Okay. I do want to see if I can use this, but not like this. I want to see if I can take control of this machine for myself first. Laut dem Teddy, der hat ja zu uns gesagt, dass das Blaue dafür zuständig war, dass unsere Telekinese gestärkt wurde, wenn ich mich da noch dran erinnern kann. Kann ich mit Bänden noch quatschen? Ja. Okay. Okay, kann ich hier sonst irgendwie raus? Oh, this is so... So, Maschine. Let's see. Most of these things here are just lights, but on the bottom half, there seems to be more buttons and controls kind of stuff. They're protected by some kind of cover, though. Hmm. That means the witch didn't want me using them. I'm taking this as a good sign. On the bottom half, there seems to be more buttons and controls kind of stuff. But I can't get to them with this cover on. Hmm. Okay, dann probieren wir doch mal das Horn. Aha, this might be plenty enough to get under the cover and pry it off. Let's see. Ah, Mr. Unicorn's Horn. It got all bent and broken. Guess I don't really need it anymore. Okay, let's see here. Buttons, buttons, buttons. None of them seem to have any indication about what they are or what they do. Hmm. Uh, fingers crossed, I guess. Uh. Nope. Oh, nein, I'm kaput gemacht. Are you okay? Yeah. Yeah, I'm fine. But look, Ben. That bit there. That's the glowing bit. Those blue light bits seem to be glowing more now that it's disconnected, too. So, maybe if I try it now. Ah, Anna, that sounds good. About it glowing and everything. But I'm not so sure you should pick that up. It does seem rather sparky, doesn't it? Hmm. Maybe there's something I can use to pick it up safely, though. Ähm, hab ich denn vielleicht sogar schon was eingesammelt? Ich werde ja wohl nicht mit dem Stift das ganze Ding... Oder vielleicht damit? Ah, yes. This rubber should make it safe to pick up. I hope... I have to say... Even after doing all that... Even if I can pick it up... Should I really be putting something like this on my head? Grandpa... Man, come in with Sting. I know he'd tell me not to ever do something as crazy as this. If it means getting back to him, though... I have to try. Here goes nothing, I suppose. Yay. Oh, my head. I feel like my brain just turned upside down. Anna? Anna? Are you all right? Did it work? Anna? What was that light just then? Uh... You see? What are you doing in there, child? I was just... What do I say? Anna, don't you turn your back on me. I don't know what you're up to in there. But remember this. I'm watching you. I can assure you, little girl, whatever you are up to, you will regret it. Oh, der wär so cute. Äh, ich glaub, wir haben Easy Upgrade gemacht, oder? Der Helm ist auf jeden Fall verschwunden. Kann ich denn irgendwas... Nope, doesn't work. Ähm, könnte ich denn... Warte mal, Telekineser? Anna, what is that you are doing? Nix, nix, ich mach nix. Oh, that... That's nothing. I'm just, äh, playing. Hm. Well, remember, I have my eye on you. Ja, ja, ich weiß. This isn't working. I need to distract her away from seeing me somehow. Könnte ich denn vielleicht mit dem Wachsmasch... Nee, nicht mit dem Wachsmasch... Sondern mit der Farbe. Okay, warte mal, ich nehm mal die Farbe. Geht auch nicht. Okay. Hm, was könnte ich denn... Was kann ich denn einfärben? Wozu hab ich die gelbe Farbe? Und kann ich noch mit der Maschine was machen? Ich glaube, ich habe genug Schmerz gemacht. Also ich habe noch eine Schere, eine Tasche, einen Wachsmaschstift, einen Löffel? Und Farbe. Oder kann ich mit meiner Telekinese die Kamera verbieten? Das ist es. Wenn ich mit dem Sprecher verbrechen kann, vielleicht gellig die Kamera verbrechen, dann kann sie nicht sehen oder hören, wie ich es weggehe. Hm-hm. Okay, hier geht's nichts. Oh-oh. Das war ein bisschen mehr als ich wollte. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Sie wird so schrecklich an uns, Anna. Warte mal, ich will erst die Linse haben. Hm, warte mal, ich will erst die Linse haben. Okay, wie kommen wir denn hier raus? Okay. Ich würde gerne aber die Kiste noch aufmachen. Okay, na dann, ähm, raus. Let's go, Ben, lass uns gehen. Um, do you need some help getting up? Oh, no, no. No, I can do this. Um, oh, dear. That's it, Ben. You've got it. Oh, boy. I did it. I really did. Okay. Okay, quick. We need to see if you can walk so we can get going. Oh, yes. Let me see. Let's go, Ben. Well, there you go. You really did do it. All right, Grandpa. I'm coming. Jetzt steh ich morgen aus dem Bett aus. Meister Ausbrecher. Okay, wir haben hier einen Hexenhut. Ein Regal. Oh, da muss ich einen Schlüssel. Das ist mir egal, wir dafür keine Zeit haben. Ich will den Schlüssel haben. Geht nicht. Gib mir den Schlüssel. Können wir denn echt gar nichts mehr machen? Es muss doch irgendwas geben. Na gut, dann gehen wir halt weiter, wenn wir nichts machen können. Ich versteck mich. Es ist zu viel zu sehen, aber ich kann nichts. Ich glaube, sie ist böse. Ich versteck mich. Das war nicht so, wie ich erwartet. Das ist okay, Anna. At least jetzt die Witche ist geschlossen. Ja, ich glaube so. Aber jetzt ist sie blockiert. Also, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht? Nein, wir sind so weit, Ben. Und... Well... We're bound to find another way out, right? Right. Well... Well... If you say so... Alright. I'm going to go see what I can find. You just sit tight. I'll be right back. Kann ich mich also doch noch umschauen? Sehr gut. So, was ist denn jetzt mit der Linse? I think that came off the camera when it blew up. All things considered. It had a pretty good landing. Okay. Dann nehmen wir die hier. Was auch immer ich damit machen kann. So, kann ich denn jetzt jetzt hier die Kinese machen auf die Kiste? Let's try this now. Hmm... 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 Still locked. Geez! It's stronger than it appears. Wie ich auf das Spiel gekommen bin? Ich wollte schon Ewigkeiten spielen und dann kam aber Medieval dazwischen. Na, ich hab gedacht, so, jetzt muss ich aber mal endlich das spielen. So, warte mal. Hier gab's aber jetzt nichts weiter. Kann ich nichts mehr machen, ne? Ich kann auch mal gucken, ob Vorhänge? Kann ich mit denen was machen? So soft and smooth. I'm not sure what they're made of. But they feel so nice. Kann ich die mitnehmen oder so? No, they're stuck on pretty well. But wow, do they feel soft and smooth. Soft and smooth. Okay. Bringt uns aber nicht. Hier draußen war ja noch ein Schlüssel. Ist das vielleicht der Schlüssel? Für die Truhe? Hab ich was in der Tasche? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er ist ein Schlüssel. Mit meinem Schuss. Ich werde diese Schlüssel brauchen. Aber wie kommt wieder an? Hi. Uh, Mr. Rat. Was ist das? Du denkst, dass du mir das Schlüssel verleichtst? Ich bin sicher, dass ich mich über die Schlüssel verleicht? Ich bin sicher, dass ich mich sehr weit entfernt. Wir machen das. Okay. Was ist denn mit dem Hut? Okay, jetzt kann ich den nehmen. Hut. Äh, Spüler. Wait. I think I can see something down inside the sink's drain. I think it's... It's... Ew. It's just some old soggy hair. Must be the witches. Gross. Egal. Okay. Um... No, thanks. I'll leave that there. Kann ich auch nichts von nehmen, no? Um... Ne... Was kann ich denn hier... Hm... Ne? Was kann ich denn mit dem Hexenhut machen? Aufsitzen kann ich den nicht, oder? Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Ich glaube, wir müssen der Ratte irgendwas anderes geben. Oder kann ich vielleicht mit der Telekinese? Ich wollte eigentlich nicht, dass der Ratte weh tut, sondern den Schlüssel einfach mit der Telekinese, aber gut. Oh? Oh? Ich bin nicht sicher, ob meine Macht hier Hilfe wird. Hm... Was haben wir für Möglichkeiten? Well... Although das vielleicht die Haare auskommt, könnte es auch das Gebäude fliegen. Das würde nicht sehr hilfreich sein. Okay. Bibi. Ähm... Hm... Wenn ich das nehme, dann wird sie versuchen, danach zu schmeißen. Macht also keinen Sinn. Kann ich denn hier irgendwas miteinander... ...kombinieren? Ne... Das habe ich ja schon probiert. Okay, ich gehe mal nach unten. Vielleicht ist da irgendwas. Da hat die Klammer da draußen gemäht. Oh! Ein secretes Loch! Hm... Was wirklich wichtig ist, muss hier hinterher sein. Noch ein Schlüsselloch. Ähm... Okay. Okay. Ich würde gerne die Kiste oben aufmachen. Ich gucke mal alles durch. Versuch's... Okay! Ich kann nichts dafür, wenn du mich hier entführst. Oh, mein... Poor, poor fellow! The witch's evil knows no bounds. Once upon a time, that might have been an interesting conversation. These days, though, I think that conversation would be a little one-sided. Oh, Teppich? It's old, worn out, and rather dirty. Pretty much what you'd expect from a witch's carpet. Hier sind auch nochmal Schlösser, ne? Ach, hei. Wie viele Schlüsse brauchen wir denn? Oh. Abfluss? This seems to be here for the person chained up. Why it's there, though, and what it's draining, I do not want to know. Whatever it is, though, it's left a lot of smelly mold on the inside of the drain. Hm... I... I guess I could use some mold... Or... Something... Echt? Ew. Ich lass die mal offen. Ich weiß nicht, ob das das bringt, aber... Was haben wir denn hier? Ja, sieht ziemlich zu aus. Beide wahrscheinlich, ja? Hm... Not very interesting. There's only a long line of string in here. Schimmel kann man immer brauchen. Ew. Hä? Haben wir jetzt ein Haar eingesommen? Warte mal, ich guck mal noch in die andere. Oh... 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 Oh, das Schloss oben hat ein Herz dran, das weiß ich noch. Oh... Okay, was können wir zusammenbauen? Erstmal die... Erstmal die Katze angucken. Oh... Uh... Die Ratte oben. Wir brauchen die Katze oben für die Ratte, könnte ich wetten. Äh... Achso, warte mal hier, genau, das haben wir noch nicht angeguckt. How eerie. Typical witch decoration, though. I can't reach that from here. Gut, ich würde mal noch... Noch ein Rohr haben wir ja auch noch. It looks like this is the pipe running down from the sink upstairs. There's a section of pipe here that looks pretty loose. Sollte ich mir das Stück Rohr mitnehmen? There's a section of pipe here that looks pretty loose. I could probably take this off to try and get that hair out, but... Why would I want the witches wet soggy hair? Ich weiß auch nicht, warum. There's a section of pipe... Was sagt dasselbe nochmal, ne? Könnte ich denn... Mit der Schere? The pipe's all closed off. There's nowhere to put it. Was? Habe ich irgendwo... Achso, warte mal. Doch, was wir machen könnten... Ist unsere Telekinese... Nicht? Na gut. Ich dachte... Ähm... Warum haben wir jetzt Schimmel aufgesammelt? Urgh. Was ist denn mit dem Löffel? The pipe's all closed off. Ne. Ich geh mal nach oben. Wir haben einen herzförmigen Schlüssel. Hallo? Is... Is someone there? Anna. Anna. Over here. Ah! Oh, hi. Wait, wait, wait. I'm sorry. Please, just... Hold on a second. Okay, look. Why don't you hold on a second? So far, I've been kidnapped, experimented on, talked to by a giant teddy bear, and now I'm being haunted? No, 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 no. I mean... I didn't mean to scare you, you see, uh... I just... I couldn't help but hear what happened with you and Winfrieda earlier, and... And, well... I think I can help you. Help me? Yes, help you, you know, escape. But, well, if you don't want me around, then, you know... Wait! I'm sorry. Please come back. You have to understand, I've never seen a... A ghost before. It's okay. It's been a while since I've seen a living person, too. The name is Yoringo. Pleased to meet you, Anna. Hmm... Also, weißt du, wie ich von hier entkommen kann? Wer ist Winfried? Das wird wahrscheinlich die Hexe sein. Warum bist du hier? Ich frag mal, warum er hier ist. Also, warum kann ich mir denken? Ich frag trotzdem mal. How did you end up here? I... I came here looking for my wife. Yurinde. She went out to the market one day and never returned. When I went looking, a man on the path mentioned seeing someone. An old woman dragging a... A large sack here into these woods. Oh my. Yurinde. That's horrible. I searched the woods high and low, but found nothing. Eventually... I was attacked. I blacked out. And when I came to, I was... Well... Here. Chained to this wall. I'm so sorry, Yurinde. Grandpa would warn me about bad people. But this... I never imagined. Well, your grandpa is right, Anna. It's a dangerous world. You shouldn't trust too many people out here. Seine Frau also. Okay. Wer ist Winfried? Winfriedo? Is that what the old witch's name is? Winnie. Well, that's what we all called her. Yes. Me and Winnie go a long way back. Well, back to our days in school, actually. School? Really? The Valked School of Witchcraft. Winnie, myself, and my wife Yurinde. We all attended. When we were all still kids, of course. You went to school together? But... She's so old. You know, Winnie should only be a few years older than me. I'm not twice my age like, uh... Like she seems to be. I don't understand. Could've happened to her. I really can't say. A spell gone wrong maybe? Who knows? I left the school a long time ago. But with Yurinde, you see. One day, Yurinde had it in her head that she wanted to leave. I don't know why. Mini-Winnie-Wurstinkette. Come with me, Yurinde. Yurinde ist auch ein heftiger Name. Ich hab mich da mal lieber weiter umsehen. Ähm... Ich frag mal... Weißt du, wie ich von hier entkommen kann? So... You say you know how to escape? Oh, yes. Ähm... It's quite simple, really. There's a secret passageway, you see. The entrance of which is in this very room. Vielleicht hinter dem Gemälde? There's a button to open the passageway, kept behind that painting there. Ah, yeah. Oh, wow. That's great. That is simple. Only... Winfrieda keeps it locked. But it could be worse, right? I mean, at least the key is in the tower. Okay. That's good, right? Normally, yes. But, uh... But... The rat took it. You couldn't have gone too far with it. I'm sure you can find him. Ähm... Ich würde ihn bitten, mitzukommen, oder? Und die Frage ist, wo ist seine Frau? Ich meine, er ist hierher gekommen, wegen seiner Frau. Aber wo ist sie denn? Komm mit mir, Jaringo. Believe me. Ich würde gerne... Aber, äh... Ich kann nicht. Hm, schade. Okay. Trapped? Ja. Ich gewinne, Frieda. Schau, ich zeige dir. Oh, ich sehe. Oh, okay. Ich werde wahrscheinlich einfach hier kommen, wenn du hier ... ... ehh... 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 Ich glaube. Na gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Ich, der Teddy und Juringe gegen die Hexe. Winfried. So, habe ich denn noch was? Warte mal, das habe ich. Ne, wir haben uns alles angeguckt. Wir gehen mal nach oben. Nein, wir öffnen die Tür nicht. So, warte mal. Ich habe einen Herzschlüssel gefunden. Den würde ich gerne verwenden, weil auf der Kiste ist ja auch ein Herz. Dann machen wir mal auf die Kiste. Kiste, Kiste. Egal, nehmen wir mit.